Da ist ein Typ, er jobbt bei Starbucks, er ist sehr inspirierend. Er ist wirklich inspirierend, nicht nur aus einem Grund. Ich komm rein um 8.14 Uhr, freundlich fragt er mich, wie geht's dir? Wenn er freundlich fragt, wie geht's dir, hilft mein Herz wie wild herum. Heute früh um 8.14 Uhr, wollte ich mich mit ihm treffen, ja ich wollte mich mit ihm treffen. Ganz zwanglos, einfach so, heute früh um 8.14 Uhr, als er freundlich fragt, wie geht's dir? Sag ich gut, ich heiße Rita und er sagt ganz sanft gut, hey. Und ich sage ich heiß Rita und danke für die extra Milch. Und er sagt, sein Name ist Taylor, dieses Gedicht widme ich ihm ganz allein. Taylor, the latter boy, bring me Java, bring me joy. Oh Taylor, the latter boy, I love you, I love you, I love you. Wenn ich nicht mehr so nervös bin, dann werd ich es für ihn singen. Ich hoff, er mag es, wenn ich singe, denn er macht ja auch Musik. Heute früh um 8.14 Uhr, sagte er, er spielt Gitarre. Und er spielt auch heute Abend mit einer Band in einer Bar. Taylor, ich ziehe da an den Hebel, nur für meinen Doppel-Latte. Doch für mich macht er ihn dreifach und er denkt, ich merk das nicht. Doch ich seh ihn an den Hebel, nur für meinen Dreifach-Latte. Und ich weiß, Dreifach-Latte heißt Taylor liebt auf mich. Ich frag, wann ist denn dein Auftritt und danke für die Extra-Milch. Er sagt, nimm dein Geld, behalte es, denn dieser Dreifach-Latte geht auf mich. Taylor, the latter boy, bring me Java, bring me joy. Oh, Taylor, the latter boy, I love him, I love him, I love him. So was ist mir noch nie geschehen, ich war immer ängstlich und scheu. Doch jetzt sagt mir eine Stimme, die Liebe ist dein. Geh zur Theke, mach dein Mund auf und bestell dir. Taylor, the latter boy, Und du mit Java, bring me joy. Oh, Taylor, the latter boy, I love him, I love him. I love him, I love him, I love him. I love him, I love him, I love him, I love him. I love him, I love him. Vielen Dank.